was geht ab und ein herzliches willkommen hier zu unserer f1 22 audi karriere wir sind mittlerweile in runde 10 hier in silverstone eine mega strecke prestigeträchtig ohne ende dennoch wird es ziemlich schwierig werden mit unseren low pace paket hier was zu reißen 5,8 kilometer 18 kurven und 2 ts zonen machen das ganze natürlich auch noch spektakulärer für die fans aber ja halt sehr schwierig für uns mal gucken was das qualifying für uns so bereithält und hier ja auch ziemlich schön ja die strecke hat schon was los geht's hier aus der letzten kurve raus blitz qualifying wie immer und los geht's erster platz nach ja der start und ziel geraden jetzt hat uns für starten überholt jetzt sind wir wieder vorne das ist ziemlich gut ja dritter platz abonniert den channel unbedingt gern kostenlos lasst doch gerne einen Dörbchen um da falls es euch gefallen hat und natürlich auch falls ihr euch unsere youtube shorts gefallen lasst auch unbedingt gern ein follow da it unterstrich gaming heißt unser instagram account und vor allem auch gern it unterstrich tobi auf tiktok bitte vorbeischauen macht die 13k voll links immer alle unten in der bio und wir sind hier mit dem ersten sektor zu ende und haben unfassbar aber war purple rausgefahren lila absolute bestzeit im ersten sektor ja das wird schwierig der exit war jetzt eher so semi gut den körper voll mitgenommen zweiter platz louis heimel hier alles rausgeholt will ich den ganzen schwung mitgenommen vierter platz und das wäre wirklich das ja perfekt dass der was ging soll hier raus um mein gott das werden track limits gewesen ich habe gott sei dank nur auf niedrig also auf karten und da ist man nicht gott sei dank nicht so ja nicht so pinig würde ich mal sagen neunter platz jetzt trotzdem erstes da waren einige schnitzer drin aber vor allem auch die pace die fehlt vierzehntel das ist schon ja eher so nicht so gut wir kommen hier in den letzten sektor achter platz wäre aktuell siebter platz es geht noch mal runter die kurve gut mitnehmen folgt die track aus nutzen und es ist der achte platz das ist ja es ist der pole und landon norris steht daneben im rest der startausstellung haben wir leclerc russell max verstappen und perez seins der professor ricardo und fernando alonso gasly okon mick schumacher und magnussen bottas zu noda guang yu jo und sebastian vettel strahl albon oscar piastri und nicolas latifi jeden moment werden die startlichter ausgehen also schalten wir runter zur strecke für den beginn dieses grand prix so sieht also die startausstellung aus und hier sind wir direkt im grid achter platz es heißt natürlich angriff nach vorne los geht's und der start war gut wir kommen okay weg seit kommt natürlich ein bisschen besser weg aber wir werden aktuell noch besser auf dem rest jojo da machen wir mal den haken und dann geht es rein hier in der nummer drei neben paris der wird in natürlich zurückkommt und wir werden ihn natürlich auch platz lassen ich habe hier eine kollision auf jeden fall vermieden ich meine ja reinstechen ist das eine ich habe genug platz gelassen und paris kommt irgendwie ganz wird schneidet den halben körper die halbe strecke und will uns dann glaube ich töten oder so also das war sehr sehr weird ich denke mal hier wird schon schluss nach vorne sein wir werden ja jetzt natürlich kämpfen müssen mit paris und oxen die das wesentlich schnellere auto haben aber vielleicht wer weiß was drin ist vielleicht bekommen wir oder halten uns gut im ds fenster gegen verstappen ich bin für alles offen auf jeden fall und ich hoffe natürlich hoffen ist immer das beste aber natürlich können ist noch besser ich hoffe ich mache alles menschen möglich um hier dran zu bleiben aber es sieht nicht gut aus die da im zweiten sektor und das ist könnte was werden im windschatten der windschatten effekt ist hier wirklich richtig richtig schnell also der der arbeitet hier richtig gut zwei zehntel durch den windschatten aufgeholt oh mein gott viel zu spät auf der bremse ich wusste nicht dass es ja hier mit dem rifle so gut bremsen geht nicht so gut bremsen geht so natürlich war zweimal lila also das sieht richtig gut aus unsere pace ist hier sehr strong wir sind an verstappen noch dran aber ich denke mal das liegt doch weil nori da vorne fährt und so und auch leclerc glaube ich ich glaube eher leclerc ist der lockführer also der bremst da alle ein bisschen ein gut für uns aber natürlich schlecht für die konkurrenz davor und weil die müssen halt jetzt richtig ja schnell an dem nori vorbei oder auch an dem leclerc vorbei ich bin mir nicht ganz sicher ob das leclerc oder doch noris einer bremst auf ich glaube es ist leclerc also wenn wir uns da den abstand angucken ist es ganz klar leclerc es ist ja auch hier schau mir und links mal wir können nein wir machen das überholen manöver wie max stappen und louis hamilton 2021 und so geht es wenn einer nachgibt oder der andere die eier hat und ja nachgibt auf jeden fall wir kommen hier richtig ja und das stimmt mich natürlich sehr freudig ich meine wir können die red bull beide hinter uns lassen auch wenn die wahrscheinlich jetzt unnormal pushen werden aber wir hängen immer noch im ds fans von schwarzen da kommt da kommt noch kein ds das wird noch einfacher zum ja verteidigen aber ich denke mal boah bist du depp das war sehr knapp mit den track limits hier in dieser kurve stow ist auch mal michael schumacher geradeaus mit full speed in die morgen fahren hat sich beide beine gebrochen also das war schon damals eine richtige high speed strecke das ist die schnellste renner und im mittelsektor verlieren wir ein bisschen ja das ist natürlich der sektor wo du kaum kurven hast und die ersten natürlich drin sind da bin ich ja das auto einfach da ist das auto einfach nicht zu wendig wir positionieren uns hier ein bisschen anders mehr schwung als der kurve mit rauszunehmen leclerc ist ich bin mir nicht ganz sicher weil leclerc hat sich jetzt auch von norris absetzen können ich glaube es ist eher nori der hier der bremsklutz ist und ich frage mich auch warum norris immer im qualifying so gut ist und dann im rennen ein bisschen ja zurückstecken muss das ist oder up best also nori ist hier echt nicht so der schlechte fahrer also da da muss es wirklich an der pace des autos liegen wir sind genau andersherum hier haben wir noch mal die start replay hoffentlich haben wir doch diese situation mit jacko parras der hier nori vom zweiten platz gestartet alter das war ja mal ein mega qualifying von ihm hat er in der ersten kurve direkt zurückstecken müssen gegen leclerc wir gehen hier auch rein gegen paris die miteinander mit paris hier und hier waren wir vorne und paris hält dann dann hier waren wir auch wieder vorne da gehe ich aber ein bisschen neben die track dann nebeneinander schwierig zu sagen aber ich weiß nicht genau paris hat dann natürlich richtig nachgelassen also also er hat natürlich nachgelassen weil sonst nicht möglich gewesen wäre er hat ja auch neben der strecke überholt oder sich den vorteil durch das karten der kurve verschafft aber dennoch ich weiß nicht genau was er sich da gedacht hat bei dem manöver aber ja man weiß es nicht man ist ja ein bisschen im getumel hat nur ein paar millisekunden zeit zu entscheiden und wir kennen das glaube ich alle dass man damals mal eine fehlentscheidung trifft ich sagen aber ja von mir jetzt hängen wir auch hier und schwarzen dran und das ist fast wie ein märchen wir können mit der pace mithalten ich denke mal ist es auch nur eine momentaufnahme aber die roten reifen halten unsere pace ist strong auch wenn der mittelsektor eher so nicht mein sektor ist können wir hier mit russell noch immer noch mithalten wo ist hamilton der ist erst okay also wenn wir mit russell mithalten könnten sollten wir auch die hamilton pace halten können und auch hamilton sehen wir hat seinen riesen vorsprung den er darf lecler hatte eingebüßt jetzt geht es in die box rein wir probieren ein undercut gegen russell eventuell auch gegen nori sind nur 1,4 sekunden also das kann auf jeden fall klappen ähm lecler führt an hamilton war auch schon in der box glaube ich oder ja hamilton war schon drin unsere reifen sind so durch ich weiß nicht genau wie das die ki macht dass die das sie macht runter mit den runden satz fahren können und das auf einer strecke wie silverstone es ist mir ein rätsel vielleicht nicht so viel pushen wie ich aber dennoch also das ist echt ein wahnsinn die ki ist ein reifenflüster anscheinend wir kommen hier ja ganz weit hinten raus nur guanyu joe und pierre gasly die halt auch beide gestoppt haben kommen hinter uns raus das ist aber auch ich glaube die längste box neben abu dhabi im kalender also wirklich die box ist so unendlich lange da da kann man doch nichts sagen dagegen so da jetzt erst natürlich die reifen schnell auf temperatur bringen dann richtig pace und hoffentlich klappt der undercut gegen landon oris oder beziehungsweise gegen charles claire charles claire ist vor uns okay der undercut hat auf jeden fall geklappt weil auch ein louis hamilton hinter uns gerutscht ist ich weiß nicht genau was da abgelaufen ist aber der undercut hat sowas wie von gewirkt und jetzt fahren wir da quasi um den sieg oder also das ist halleluja wtf ich weiß einfach nicht was ich sagen soll hamilton hinter uns verstappen natürlich hinter uns jetzt gehen wir hier einfach vorbei mit den wärmeren reifen kommen wir hier an charles claire mit dem raus beschleunigen vorbei ich weiß nicht mehr genau um was wir hier fahren es könnte der erste platz sein aber podium denke ich mal ist es auf jeden fall weil ein hamilton war klar erst da auch ein leclerc war klar auf podium kurs und jetzt waren wir wie underdog hier mit dem audi die einfach ja vor zehn rennen in die formel 1 eingestiegen sind fahren hier in silberstone ums podium wo ich mir eigentlich ganz ganz wenig chancen ausgemalt habe und dann auf einmal kommt wirklich die chance dreizehntel der könnte gleich wieder ganz ganz weit von hinten kommen der piastl ist in der box und auch die restliche spitze ist drinnen mal gucken wie das jetzt ausgeht jetzt nur noch nicht verzagen wir halten natürlich ein bisschen leclerc auf also es ist jetzt nicht so als ob der jede kurve vorbei will aber wir merken schon ich habe einen kleinen zugehämmelten drückt auch ordentlich an aber gucken und es sieht aus als ob wir hier tatsächlich die führung übernehmen wir sind erster platz nach dem undercut der hölle wirklich das war ein höllischer undercut der uns hier auf den ersten platz nach vor ging ja gespielt hat würde ich fast sagen achte runde von 13 wir haben leider kein der ist also das heißt sollte uns gleich angreifen haben wir nicht mal die möglichkeit zurückzustechen also also natürlich mit der ist hilfe so kann man schon zurückstechen aber es wird auf jeden fall hart werden vier zehntel und acht zehntel in drei sekunden zu lassen das bedeutet der dritte platz ist auf jeden fall ich würde mal sagen sowas wie von ja so safe aber ja alles andere kann auf jeden fall spannend werden er ist meine chat muss sitzen und gerade auch die es ist da darf ich nicht viel falsch machen hier wieder zwei zehntel bei cops corner verloren eine eine halbzehntel waren es aber doch es war knapp gucken wir jetzt noch mal die replan hier gegen george brussel konnten wir einfach nichts machen es war einfach ein klassischer der ist zug würde ich mal sagen jeder bekommt der ist außer der erste und dann bist du halt einfach ja aufgeschmissen du kommst nicht vorbei du hängst dahinten und ich denke mal so ist es auch den anderen gegangen weswegen wir das so gut aufholen konnten weil eben ein russell oder auch ein leclerc nicht an nori vorbeikamen und hier dann oh mein gott das war ein guter versuch das war ein richtiger verstärken move einmal gemoved und ja dann schickt er uns weiter das war ein bisschen mehr denke ich mal von von ihm aber dennoch das war schon sehr haarig hier dieses manöver halleluja war das knapp aber ja dann siebte runde hier noch einmal das manöver gegen ich glaube das sollte leclerc sein ja genau hier kämpfen wir uns alle klar dran und ähnlich wie valtteri bottas und luis hamilton ich glaube 2020 oder 19 und auch natürlich hamilton und verstappen 21 gehen wir hier vorbei wir haben durch pressure hier richtig ja dran bleiben können es sind nur noch drei runden zu gehen und wir haben das schwierigste von der runde geschafft ich würde mal sagen die schwierigsten straights sind auf jeden fall ja oder ist auf jeden fall nicht start und ziel sondern eben die nach den asses weil hier hat man wirklich ewig lange geraden und ja wenn die kommen sowieso viel schnell aus den asses raus sechs zehntel sind es nur noch zu luis hamilton und nur vier zehntel zu schalecler können wir das gewinnen zwei runden remaining und ich werde alles machen hier auf dieser geraden wie ist es nahezu unmöglich anzugreifen würde ich mal sagen also wenn ich hier einen guten move macht da kannst du nicht angreifen aber ich würde sich auf jeden fall dran sorgen können weil das die es geht auf hamilton kriegt sogar theoretisch die es auf mich also dass die es geht auf jeden fall auf hat aber jetzt nicht die große wirkung gehabt um sich an uns hier dran zu fahren an der besseren möglichkeit gibt es gott sei dank kein ds und dann kommen schon die erste sieben zehntel jetzt hat ein bisschen abreißen lassen das gefällt mir aber das war nur eine momentaufnahme vier zehntel es sind nur noch vier zehntel leute und unsere reifen sind doch ein ticken älter raus hier aus cops corner clean nur drei zehntel die asses müssen sitzen sonst ist es vorbei ich denke mal sonst zwei zehntel und es sind nur noch unter ein nur noch unter zwei zehntel erklärpferd gefühlt neben uns er darf der jose auch aufdrehen 1,8 zehntel wir müssen den move machen nein wir bleiben ihnen wir lassen ihn hier mal die chance aber können hier nicht reinstechen es geht einfach nicht hier kommen fast hemmel noch vorbei und es ist leider leider es war mir auch irgendwie klar ja da war ich ein bisschen zu spät auf der bremse aber es war mir auch irgendwie klar dass wir das gegen lecler nicht halten eventuell dass wir dann noch mit der es ein bisschen ja und spielen können ja da müssen wir einmal rufen aber das war knapp aber ja ich denke mal das war noch okay es ist ein bisschen ernüchternd wenn du zwölf runden von 13 runden ja so führst ja wir haben nicht das ganze rennen geführt aber wenn du halt bis zur zwölften runde führst und dann ja ja die eine hand und vokal noch runter gerissen wird das ist schade aber ja die pace ist sehr strong jetzt heißt natürlich gegen hamilton sich verteidigen auch russell ist hier peres ist nicht weit weg also ein blüter fehler und du bist gleich vier und fünfte und das ist auf jeden fall was es zu vermeiden gibt wir kommen hier in den zweiten sektor schall erklärt sie davon also schau euch das an sechs zehntel sieben zehntel und wir können uns dann nicht mehr wehren jetzt hast du noch gegen hamilton uns verteidigt gegen hemmel ja was machen wir doch hier nicht angreifen oder dann denke ich mir hier greift ja kein normaler mensch an so erstes gehen raus wir sind das war einfach das wichtigste hier noch im ds fenster zu bleiben und das waren wir gott sei dank auch die es geht an und er es geht auch noch an was ich mir aufgehoben habe und ich denke mal das wird reichen für den zweiten ja das reicht hamilton kommt da nicht genau genug dran aber wir kommen da auch nicht dann erklärt dran der ist auf jeden fall über alle berge und vor allem aus dem ds-fenster draußen es geht in die letzte kurven kombination rein hier gibt es die verwahrung ist egal und ja es ist der zweite platz gutes rennen sehr spaßig und ich meine wir sind vom p9 gestartet es gibt jetzt nicht köpfe hängen lassen oder so wir haben alles gerockt hier zweiter platz 18 punkte und drive off the day ist unser titel für das heutige rennen was für ein cooler und entspannter und vor allem auch die jahre kommt das hat er war gefällt mir extrem und ich hoffe er hat es auch gefallen wir sind hier auf dem podium mit einem der größten aller zeiten und auch schon erklärt ja man kann nicht sagen er ist ein tolles rennen gefahren und hat uns im richtigen moment überholt und aber auch ja ein pace unterschied da der den man nicht überbrücken kann da war ferrari noch gut ich hoffe natürlich dass die irgendwann wieder zurückkommen ist ehrlich gesagt egal ich war jetzt nie der größte ferrari fein außer wie alonso dort war also ich bin da ihr fahrer spezifisch was mit ihm also die teams sind ehrlich gesagt egal ich meine mcclaren ist eine wahnsinns geschichte und auch williams dass das ein mann gegründet hat und sozusagen ja aufgezogen hat aber ferrari ja oder auch mercedes ja sind gute teams auch red bull natürlich österreichisches team sind tolle teams aber ich würde jetzt mal sagen darf das ihr so zweitrangig ist weil ja ein team kann nur so gut sein wie seine fahrer und natürlich andersrum auch ein fahrer kann nur so gut sein wie sein auto aber ja das ist jetzt eine andere sache wir sind hier mit 18 punkten können wir uns sehr zufrieden geben 124 punkte haben wir schon angesammelt in zehn rennen das sind zwölf punkte im durchschnitt also richtig gut persten leider noch nicht gepunktet aber auch einige andere nicht gepunktet mcclaren ist hinter und sie haben mehr als die also sie haben nur die hälfte unserer punkte und wir konnten hier auch george russell schlagen das ist natürlich auch wichtig ich weiß nicht genau warum wir rassel in unserer rivalität bekommen haben das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären bei rassel schon der spur besser ist wie wir oder auch das ja bessere auto hat aber ja natürlich herausforderungen auf die stehe ich und ich bin sehr gespannt für heute war es das mal wir bekommen auch beides weil wir die drei punkte gewohnt haben und unter den besten zehn abgeschnitten haben 5000 schaden ist minimal ich weiß nicht genau wie was die gegeben hat vielleicht für den unterboden schaden oder das wäre mehr gewesen neuen sponsor dürfen uns auch aussuchen mal gucken was da so geht natürlich heißt es hier gut oder halt klug gucken weil einfach ja eine viel zu hohe viel zu hohes ziel wäre das halt einfach sehr dumm sich dann hier irgendwie viel zu hohes ziel zu setzen war es dann auch nicht möglich wäre irgendwie rauszuholen aber ja hier natürlich wieder sachen fehlgeschlagen das ist immer wieder dasselbe das nervt mich ein bisschen weil wir haben letztens schon drei sachen die viel geschlagen wird jetzt wieder eins und dann dagegen die ganzen wertvollen punkte darauf aber ist klar man hat als beginnerteam oft rückschläge für heute war es das mal leute nächstes mal steht dann unser heimkomprieren österreich spielberg mit dem sprint mit dem zweiten des jahres da freue ich mich auch extrem drauf und speziell haben wird es da geben schaut unbedingt gerne auf instagram vorbei hat wie unterstrich gaming und unbedingt gerne auf meinem tiktok account ist unterstrich tobi macht die 13 kaffee abonniert den channel gerne kostenlos lassen können und bis morgen oder übermorgen oder spät auf tiktok und ciao